Moin zusammen Freunde, ich grüße euch zu diesem Video. Ich habe ein paar interessante News für euch mitgebracht. Wenn ihr neu seid, kritischen Content mögt, dann seid ihr hier genau richtig und lasst gerne ein Abo da. Los geht's! Wir gucken uns direkt das Erste an. Einige von euch werden es schon mitbekommen haben. Nuri, ehemalig Bitwala, ist insolvent. Und das ist keine gute Nachricht hier als erstes direkt. So schreibt der Fokus. Nachfolger von Bitwala ist pleite. Nuri war gar keine richtige Bank. Das passiert jetzt mit dem Geld der Kunden. Und das ist natürlich die grundlegende Frage. Die sich hier ca. 500.000 Menschen stellen müssen. Wir gucken dazu natürlich auch direkt mal rein. Hier auf der offiziellen Pressemitteilung bei Nuri.com. Nuri hat am Dienstag, den 9. August, hier bereits Insolvenz angemeldet. Allerdings, und das steht hier auch direkt als allererster Hinweis, alle Einlagen und Investitionen auf den Nuri-Konten sind durch die Partnerschaft mit der Solaris Bank AG sicher. Ja, ich hoffe, dass das sich wirklich bewahrheiten wird und dass hier nicht irgendwelche Gelder irgendwie verschwunden gehen oder sonst was und dass man an sein Geld nicht mehr rankommt. Ihr könntet mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch jemand seid, der dort ein Konto hat. Ich hatte bislang auf jeden Fall dort keins. Das Grundkonzept war auf jeden Fall ganz interessant, was sie gemacht haben. Also man konnte dort natürlich Euro, Bitcoin oder auch ETH halten in seinem Wort drin. Und dann heißt es hier ganz interessant im Fokus, so hatte Nuri bereits in Folge des Krypto-Crashs und der Insolvenz des US-Kryptoverleihers Celsius Verluste erlitten. Über Celsius lief ein sogenanntes Bitcoin-Sparbuch der Neobank, für das Kunden 3% Zinsen erhielten. Also wirklich ganz attraktiv interessantes Ding. Das funktioniert aber nur, solange der Kurs sich natürlich wude entwickelt, sonst wird es schwierig. Allerdings waren die Kursverluste beim Bitcoin im Jahr 2022 bislang weitaus größer als dieser Vorteil. Und das ist genau das grundlegende Problem an diesem Konzept. Und deswegen, da war ich nicht so begeistert, bin ich nie reingegangen in dieses Ding. Ich kenne aber den einen oder anderen, der daran geglaubt hat. Wenn wir dann hier in den Artikel von der Finanzszene.de nochmal reingucken, sehen wir hier noch ein paar weitere Informationen, die ganz interessant sind dazu. Die prekäre finanzielle Situation und so weiter heißt es nämlich hier. Seit Monaten war es CEO Christina Wacker-Meyer und dem Führungsteam nicht gelungen, einen neuen Geldgeber oder einen Käufer zu finden. Zuletzt hatte es laut dem Online-Magazin T3N Gespräche mit dem US-Investor Pavilion Capital gegeben. Offenbar jede Woche ergebnislos. Ja, es ist halt wirklich schade drum für so ein deutsches Start-up-Unternehmen, dass es nicht geklappt hat, muss man hier an der Stelle nochmal klar herausstellen, wie ich finde. Grundlegend, nochmal zum Verständnis. Erstens im Sinne von Kryptos. Not your keys, not your coins. Ein ganz, ganz wichtiger Spruch, den hoffentlich der eine oder andere, der im Kryptobereich ist und investiert ist, überhaupt grundlegend versteht. Wenn nicht, schreibt es gerne in die Kommentare, kann ich im nächsten Video gerne nochmal genauer drauf eingehen. Und als zweites, auch wenn ihr Euros auf der Bank habt, weil ich hatte beim, was beim Fokus, warte, gucken wir doch mal direkt, einen Kommentar gelesen, da kannst du dich nur an den Kopf fassen. Genau, hier, von Günther. Mein Mitleid hält sich in Grenzen. Wer sein Geld als elektrische Signale anlegt und in Kauf nimmt, nur mit einer App darauf zugreifen zu können, hat so viel vom Ersteren, dass ihm etwas weniger davon kaum ins Unglück stürzen wird und so weiter und so fort. Und grundlegend, ja, er spielt hier ganz stark auf böse, böse Bitcoin an. Lieber Günther, was ist denn das Geld, was du bei deiner Hausbank hast? Von mir aus bei einer Sparkasse, bei der Deutschen Bank, whatever, you name it. Das ist eine Forderung an die Bank. Und wenn die Bank pleite ist, genau, dann wird es schwierig, deine Forderung umzusetzen. Ja, natürlich schreist du jetzt, es gibt ja eine Einlagensicherung. Mutti Merkel hat es damals, wenn ich es richtig im Kopf habe, mit Per Steinbrück ja gemacht. Richtig, ist gedeckelt bis 100.000 Euro. Da schreien die Nächsten, oh, Olli, so viel Geld. Ja, und irgendwann reicht das nicht, wenn jemand gut angelegt hat, vielleicht ein größeres Vermögen hat. Was sind denn dann, ich will nicht großkotzig rüberkommen, aber 100.000 Euro im Verhältnis zu vielleicht mehr Geld, ist das doch gar nichts. Und das ist es, was dann hier wieder so ein paar Experten raushauen, der böse, böse Bitcoin in elektrische Signale angelegt. Du hast nichts anderes auf deinem Konto, wo monatlich dein Geld eingeht. Es gibt nur ein wahres Geld und das ist Gold. Okay, nächste heiße Nachricht und da müssen wir auch direkt mal hier auf den Markt gucken, denn hier ist natürlich gerade ganz, ganz viel passiert. Wir sehen, dass die Kurse ordentlich gestiegen, zwischenzeitlich wieder gefallen sind, aber einige Peaks, also sehr, sehr, sehr viel ist im Kryptomarkt, aber auch am Aktienmarkt grün. Und woran liegt das, was ist passiert? Die FED, die FED hat, ja, es hat funktioniert, was die FED gemacht hat, denn die Inflationsrate in den USA ist auf 8,5 Prozent gesunken. Und das war von Experten so nicht, ja, prophezeit, man hat es nicht unbedingt geglaubt. Und wenn wir uns das nämlich angucken, war die Inflationsrate nämlich im Juni noch bei 9,1 Prozent in den USA und ist dann jetzt hart gefallen auf 8,5 Prozent. Aber das ist die ähnliche Situation wie in Deutschland und in der EU, Leute. Das ist die geschönte Version durch einen Warenkorb. Das ist ja nicht realistisch. Also das muss man ja wirklich sich nochmal klipp und klar hier vor Augen führen. Und besonders muss man jetzt auch die politischen Zusammenhänge. Und da sage ich ja immer wieder, everything is connected. Die muss man jetzt auch sehen. Und jetzt erinnert euch zum Beispiel mal ein paar Tage, paar Wochen nur zurück, 17.07. zum Beispiel, in der Taz dieser Artikel hier, Joe Biden in Saudi-Arabien. Ein weltpolitischer Faustschlag hatten da die Ghetto-Faust gemacht. Sollen sie machen, ist mir absolut Wumpe, ob sie es machen oder nicht. Da gab es ja ein Aufschreien in den USA. Was wurde denn da gesprochen in Saudi-Arabien? Um was geht es denn da? Richtig, um Öl und nichts anderes. Die Produktion, so vermute ich, sollte doch hochgefahren werden. Weil, was ist los in den USA? Der Barrel-Preis, sorry, der Gallonen-Preis, so wird es ja da gerechnet, 3,57 Liter, glaube ich, ist eine Gallone. Und der weihe hier teilweise über 5 Dollar. Und das gefällt den Amerikanern nicht. Wenn die großen, spritbenöftigen Autos natürlich sehr viel benötigen und dann man viel an der Tankstelle bezahlen muss, das geht nicht. Och, Zufälle gibt es. Und dann wird jetzt gerade dieses Jahr werden die Midterm-Wahlen stattfinden. Man versucht jetzt vorher nochmal hier die Ölfördermenge vielleicht zu erhöhen, um den Preis an der Tankstelle zu senken. Leute, es ist so durchschaubar, was hier passiert. Wenn man sich ein bisschen weiter mit den Themen beschäftigt, ein bisschen umfangreicher einfach einliest in die Themen und sich ein paar Gedanken darüber macht. Oder bin ich jetzt hier der Wiederverschwörungstheoretiker? Ich wage es zu bezweifeln. Ich glaube eher. Jetzt muss man natürlich überlegen, wie wird das Ganze weitergehen und was wird in Deutschland bzw. in der EU passieren? Wie wird das Ganze weitergehen? Es gibt jetzt zwei Szenarien, die in den USA passieren können. Die Fed wird hingehen und wird auf der einen Seite sagen, okay, das hat sich jetzt gelohnt, ist okay. Wir haben jetzt das ganze Jahr 2022 so stark, so starke Erhöhungen gemacht wie Jahrzehnte nicht. Das fahren wir jetzt runter und werden das verlangsamen. Das glaube ich nicht. Das ist die eine Meinung. Ich glaube nämlich eher, sie werden weiterhin an diesem Kurs festhalten und sie werden sich die Chance nicht nehmen lassen, diese 8,5% weiterhin zu halten bzw. sogar nochmal zu droppen. Dass das nochmal eine zweistellige eigentlich offizielle Inflation sein müsste, muss man sich darüber im Klaren sein. Und wer dann hingeht, dieser Weltartikel ist auch so absolut unfassbar, Zitat, Peak der Inflation erreicht. Ja Leute, in diesen Inflationsraten, sei es in den USA, aber noch viel mehr in der EU und speziell auch in Deutschland, das sind doch noch gar nicht Energiepreise eingepreist. Das ist ja noch gar nicht existent. Das kommt doch erst noch in den nächsten Wochen, Monaten auf uns zu, dass die Preise dargestellt werden, was jetzt gerade aktuell produziert wird, für vierfache, fünffache des Gaspreises beispielsweise. Das ist natürlich in den USA nicht ganz so krass wie in Deutschland und auch in der EU oder in Deutschland am allermeisten natürlich. Ja klar, wir wissen ja, was der Habeck hier abzieht, aber das kommt auf uns zu, Leute. Darauf müssen wir uns vorbereiten. Ihr wisst es, am Schluss kommt meistens nochmal was zu Tesla und bei Tesla geht es wieder richtig rund. Gucken wir uns mal kurz direkt zur Einleitung den Aktienkurs an, nur von einer Woche. Da ist so viel los, ein Monat sieht es so aus, Elon Musk ist ja hingegangen, hat da wirklich zahlreiche Aktienpakete verkauft und alles und jetzt ist aber noch was Neues dazu rausgekommen. Tesla-Aktie dennoch stärker heißt es zwar, okay, allerdings Elon Musk verkauft größtes Tesla-Aktienpaket jemals wegen Twitter-Streit. Erste Tesla-Sattelschlepper, ja, das interessiert uns jetzt, was die eigentlich machen an Produktion, erstmal in diesem Kontext nicht so stark, denn was wird hier bewertet? Was wird generell bei einer Aktie und bei den Märkten bewertet? Es wird die Zukunft bewertet, die Zukunft. Klar, die Zukunft ist natürlich, jo, erste Sattelschlepper Ende des Jahres, okay. Allerdings, der Fokus liegt ja bei Tesla auf der Situation mit Twitter jetzt hier im Speziellen, dass er wirklich verklagt wird und falls da was rauskommen sollte, dass er den Bums von Twitter kaufen muss, dann braucht der Mann Geld, dann braucht der Mann richtig viel Geld. Er hat nämlich jetzt hier, Musk stießt Papiere im Wert von 6,9 Milliarden US-Dollar ab. Das Ganze wurde von der SEC jetzt bekannt gegeben. Das kannst du dir nicht vorstellen, 6,9 Milliarden in Aktien, unfassbar. Er hält mittlerweile nur noch ca. 15% an den Aktien von Tesla, nur, anstatt, vorher waren es ja, ich glaube, 23%, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und er sagt auch, er möchte dahin wieder zurück. Und klar, das ist ein positives Signal auf jeden Fall, was sich in der Aktie definitiv zeigen wird. Allerdings, man sieht ja, wie hier auch spekuliert wird, weil wenn man sich den Twitter-Aktienkurs nochmal genau anguckt, ist das auch ganz interessant zu sehen, wie der jetzt sich in den letzten Tagen nochmal verhalten hat und hochgekommen ist. Das hat man auch so nicht geahnt. Da lag es an zahlreichen neuen Nachrichten. Das ist wirklich reines Zocken und hat nichts mit sinnvoller Anlage oder Ähnlichem zu tun. Wer da Spaß dran hat, sich das erlauben kann, das Risiko bereit ist, okay, ich würde es nicht machen. Also es ist wirklich so viel los immer da. Und es ist ja bei Tesla ähnlich wie bei Apple seinerzeit, als Steve Jobs noch lebte. Ist ja mittlerweile auch schon über zehn Jahre, wenn ich es noch nicht im Kopf habe, aber her. Dass es sehr, sehr stark auf eine Person fixiert ist, das ganze Unternehmen. Und das ist eine große Gefahr für ein Unternehmen. Das heißt, falls Elon Musk mal irgendwas zustoßen sollte, was passiert dann mit Tesla? Verkaufen alle ihre Aktien? Ein Großteil? Wie viele? Das ist eine ganz große Gefahr. Dementsprechend, schreibt mal eure Meinung gerne unten rein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Kritische Meinung immer herzlich willkommen in den Kommentaren. Daumen hoch, Abo nicht vergessen. Bis zum nächsten und ciao.